Was machst du für Schweinereien am Samstagabend? Tastatur-Action in der Haus, wa? Jetzt, dort habe ich sie einigermaßen hingekriegt. Ja, diese komplett Feldrennen, sag ich mal, ist ja mehr als Offroad. Sind sie immer sehr, sehr chaotisch. Deswegen ist es auch nicht ganz so stimmlich, dass ich jetzt nicht unbedingt Erster werde. Ich habe ja die ersten Rennen gewonnen. Gebt trotzdem ein Bestes für den Jackpot besser als Nightbot. Jo, klar, ist Jackpot, das haben wir ja hier auch im Spiel hier. Spinning that wheel dough. Yay. Und dagegen lenken, passt. Ne, ein Satron-Bot würde alles kaputt machen. Lass mal lieber. Wir möchten ja nicht Twitch zerstören. Ist ja schon schön, dass es ein Satron gibt. Noch ein Bot, überlebt die Welt nicht. Boah, 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 langsam bremsen. Langsam, langsam, langsam. Und nicht rausgetragen werden hier. Schön, jetzt sind wir endlich in der Stadt. Dann lässt es sich schmeidiger fahren. Boah, natürlich. Ja, Hauswand gehört dazu. Hauswand muss immer sein. Ich bin schon fertig. Okay, dann man muss gar nicht fragen, wie es dir geht. Du sagst immer das Gleiche. Ja, weil es halt so ist. Domi. Da sich mein Gemütszustand ja nicht so schnell ändert. Immer Props mit Einschlaf. Immer Tabletten nehmen für Schmerzen. Also, wieso soll sich das ändern? Ein Domi-Bot wäre total Katastrophe. Ich glaube, es gibt auch kein Wort dafür, wie schlimm es wäre. Gut gemacht. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Naja, das ganze Rennen, ich weiß nicht. Jetzt ist es übertrieben, aber gut. Vielen Dank. Ich sehe ein To-Gay-Spawn im Chat. To-Gay-For-Name. Grüß dich. Falls er Hallo sagt, aber bestimmt, bestimmt hier. Ich sehe, was passiert im Chat. Machen wir. Kriegen wir hin. Also, ich hoffe, jetzt leveln wir damit, wie wir das binden können. Also, wie es bedingt. In Forza. Biodox Forza. Servus, Bro. Hey, To-Gay-For-Name. Servus, grüß dich. Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen an einem Samstagabend in der Gags-TV-Show. Aber gut. Du kennst ja eh die ganze Shows. Wem erzähle ich das? Kappa, hell to-Gay. Ja, ist super geil. Ihr mit einem crazy Namen hier. Ihr macht mich fertig. Ja, level up. Wir können es spinnen. Fucking awesome. Dann schauen wir mal. Nächste Meisterschaft in der Dorschen und dann machen wir weiter. Okay, das war die letzte Meisterschaft für diese Autotour. Damit ist unsere Zeit in Nizza-Massena vorbei. Begib dich zum Treffpunkt, damit wir zum Festival fahren können für die Preisverleihung. Bekommen wir hin. Festival, Preisverleihung, hinfahren, Dingsbums. Ah, jo, normal. Klar. Der normale Wahnsinn bei Gags. Rot. Rot. Einer von Horizons Top-Fahrern ist in der Nähe. Seine Position ist auf dem GPS markiert. Wenn sie ihn herausfordern sehen. Das ist mir jetzt wurscht. Ich dachte, ich bin der Horizons Top-Fahrer. Sie haben ihr Ziel erreicht. Meinst du? Ich glaube, jetzt können wir schon die nächste aussuchen, oder? Ich sehe erst jetzt, dass du eine Gamepad-Cam hast. Ja. Also Tisch-Cam. Wenigstens mal einen Finger hier. Den Ja, habe ich. Ist halt, da ich gesundheitlich noch so angeschlagen bin. Na, jetzt fokussier mal. Hände weg. Hände hin, dann geht's wieder. Ja. Ist dir aber, ist aber schnell aufgefallen, Aster. Aber du warst ja mit Tastaturputzen beschäftigt. Was soll ich mit der Schleuder hin auf 10 Kilometer fahren? Meine Güte. Er zeigt immer der Mittelfinger. Was ist bei dir schon normal, ja? Also Gags-Normal heißt ja nicht, dass es ein echt normal ist. Nein, nein, wollte ich nicht sehen. Hast mir, wow. Hast ja einen Daumen bekommen. Hast ja einen Daumen bekommen. So, jetzt müssen wir anscheinend mit dem Teig starten. Ich dachte, jetzt können wir Auto wechseln. In 400 Metern nach links. Ich wäre lieber mit einer schnelleren Schleuder dahin gefahren, aber es ist okay, ist okay. Bei Gags ist alles klein, genau. Ja, aber ich bin schon ein 1,95 Meter großer Lulatsch. nach links abbiegen. Von daher ist es jetzt nicht ganz so klein, aber ich weiß genau, auf was sie anspielen, Mr. Sartronk. Sie können große Dinge nicht handeln. In 400 Metern links halten. In 400 Metern links halten können wir probieren. Können wir probieren hier. Links halten. Ja, Baby. Ich halte mich links. Kein Problem. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Machen wir auch, machen wir auch. Fast Treffer? Wie fast? Das ist ja. Rechts abbiegen. Ja. Domi geht wieder unter die Gürtlinie. So, so. Mr. Sartronk, spiel dir auf ihre Nase an. Was dachtest du denn? Hahaha. Ich weiß ja nicht, was sie dachten, aber ich schätze mal schon, dass die Nase damit gemeint ist. Wurde. Doch 6,4 passt. Ist ja doch gemütlich. 180 hier. Schön cruisen. Im Tunnel. Fahr mal wieder ein bisschen mit Außenansicht für euch. Damit ihr ein bisschen mehr seht. Hey. The fuck? Alter. Nichts da. Nichts da überholen hier. Meinst du, der wem wie sieht aus wie ein Lader? Okay. Ja, sieht jetzt nicht so typisch aus, ne? Wie die Nase eines Mannes. Alles klar. Ja, also schon hier, voller Zinken hier. Jetzt verstehe ich, was du willst. Du wolltest mein Zinken, mein Zinken in der Fresse erwähnen. deswegen. ja, so Assoziation. Hast du hier begangen? Wie der Zelle überholen will hier. Wow. Ne, alles perfekt. das liegt bestimmt in deiner Tastatur. vor einigen Tagen die Stream-Quality auf 50% runtergebremst, damit noch mehr zuschauen können. das, was ihr hier seht, ist nicht die beste Qualität, die ich senden kann. Aber, damit mehr zuschauen können, habe ich das runtergestellt. Wow, 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 ihr sagt Chaos. Also nicht hassen, sonst komme ich wieder auf die miesen Server. Ja, nö, das war ein paar Mal Refresh. Du kannst doch einfach nur Pause und Play machen, dann geht es auch manchmal. Also der Banker ist auch freigeschaltet und das Drank Racing ist auf eine halbe Stunde hochgesetzt. für heute. Warum spielt hier wer viel für 15? Hat nicht jetzt alle das. Achso, stimmt. Du verteilst wieder Woody-Teams hier. Natürlich habe ich es geschafft. Ja, Top 1 geht nicht. Das ist dann Gewinner, musst du machen. es gibt Win, Top 2 und Top 3. Top 1 gibt es nicht. Könnt ihr dann hier auch race dem Channel. Genau, sponsert bei Media Markt. Ja, Funk, wurde hier klar. Aber hey, passt doch. Der Code geht ja auch für alle Konsolen, habe ich gesehen. Also für Konsolen, für PC, für alles geht es. Du meldest dich ja da an und dann kannst du dir ja aussuchen, für was du es frei geschaltet haben möchtest. Für welchen Account. Das ist echt cool, so was. Ui. Musst du nur lesen, du. Musst du nur oben lesen. steht es ja dann, wie es funktioniert. So, erzelt. Also welche Meisterschaft möchtet ihr denn jetzt als nächstes sehen hier? Was sagen wir denn? Ein schönes Supercar, Sportscar, Offroad, Hot Hatch, Track Toys, Classic Muscle, Modern Muscle, Iconic Rally, also Horizon Iconic Rally, Horizon GT oder World Classics. Hätte noch zwei Codes hier so rumliegen, die als Backup gedacht waren, aber hat ja alles bestens funktioniert und die können gerne noch weg. Werd's mir erstmal nicht kaufen, da andere Spiele anstehen und ich eher im Destiny dann bin. Ja klar. Ja klar, kannst du so vergeben, kannst du immer mal rumfragen. Muss ich jetzt nicht extra irgendwie so ein so ein Giveaway machen. Frag's einfach rum hin und wieder, wenn's einer will, ist okay. Schauen wir mal. Choose your destiny. Outstanding. You will never win. Modern Muscle und Ford Mustern. Ach stimmt, ich hab dir ja versprochen, ja, Modern Muscle, ja. Was solltet ihr von Modern Muscle hier? Der Sotron möchte unbedingt seit gestern schon seinen Ford sehen. dann Modern. Modern, so ne, Modern, okay. Haben wir ja gesagt. Schauen wir mal, ob wir deinen Ford haben, wenn ich kann mir noch was anderes auswählen. Komisch, wieso ist denn, der muss gar nicht bei Chevrolet leben. Du musst ja bei Ford schauen. den hier meinst du? Gags, es gibt wieder Schleim, Schleim. Okay, alles klar, ich verstehe. Ich verstehe, merci für die Info. Merci für die Info. Classic Muscle, ja, Sotron möchte ja das Auto hier haben, von daher ist es, bleibt nichts anderes übrig, wir müssen ja hier das modernen. Und das Ding kostet so gar nichts. Bitte mach einen Pink, ihr mit eurem Pink, Leute. Schon am Durchdringen hier. Bitte mach einen Pink. Ihr seid, ihr seid schon so Pinkies. Pinkies und Brainis. Was haben wir denn da für ein cooles Outfit hier? Das schwarz schaut komisch aus. Was, der hat, hat der echt fünf? Wow. Äh, das Gags mal was macht, was ich will, da kommen mir fast die Tränen. Bist du gerührt, gell? Jetzt müssen wir nur noch ein geiles Design aussuchen. Ich dachte, du heulst schon die ganze Zeit. Achso, das andere war heulen, weil ich dich gequält habe. Jetzt heulst du, weil du gerührt bist. Ah. Was wollen wir denn für ein schönes Design? Ich scrolle einfach mal durch und ihr könnt es einfach mal sagen, irgendwie, welches ungefähr ihr wollt. Welches genau. Sieht ja nicht alles so schön aus. Hey, Clinton88, merci für dein Follower, habt Spaß, genießt die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir hier mit. Thanks for the follow by the appreciated, enjoy the show, have fun, yeah, and greetings from Münich, Germany, wherever you are in this whole wide world, buddy. So, choose your destiny. Design ist mir egal. dann können die anderen das ja sagen. Du könntest ihr euch dafür entscheiden, was für ein Design wir hier namen. Ja, du musst ja eh noch die, du musst ja eh noch die Tränen aus dem Gesicht wischen. gut. Oh doch, ja, war schon ja. Ich frage, so weit kommst du noch. Das wäre so gut. Was nehmen wir denn? Das schaut doch nicht schlecht. Also das erste mit dem komischen Pissgrün da. Das ist bestimmt ein interessantes Ganze hier. So, da ihr ja keine spezifischen Angaben macht, werde ich einfach irgendeines nehmen jetzt und dann fahren wir los. Fahren wir einfach mal los hier, damit wir nicht warten. Wir haben ja noch viele Meisterschaften vor uns. Das nehme ich mal Untertitelung des ZDF, Ich freue mich auch